Die Forderung, die Ampel muss weg, ist sehr populär. Doch wenn man auf die derzeit realistisch scheinenden Alternativen schaut, wird einem erst recht Angst und Bange. Eindrucksvoll demonstrierte dies gestern CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann auf dem Talkshow-Sessel von Markus Lanz. Die CDU will noch mehr Geld für die Rüstung und mehr Geld für die Bundeswehr. Das ist nicht neu. Schulden will die CDU dafür aber auch nicht aufnehmen. Bezahlen sollen die Zeche offenbar vor allem diejenigen, die schon heute am wenigsten haben. Die Bürgergeldempfänger. Jedem Bürgergeldempfänger, der arbeiten kann, soll, so Carsten Linnemann, sämtliche Unterstützung gestrichen werden. Frei nach Max Liebermann möchte man da sagen, man kann gar nicht so viel fressen, wie man kotzen möchte. Es gibt wohl wenige Politiker, die mir persönlich auf Anhieb so unsympathisch sind wie Carsten Linnemann. Linnemann ist der personifizierte Neoliberalismus. Wirtschaftsliberal bis ins Mark, gesellschaftspolitisch reaktionär. Er ist zudem ein Populist, wie er im Buche steht. Den Sozialstaat will er mit einer Sozialstaatsbremse, bei der die Kosten für soziale Ausgaben analog zur Schuldenbremse gedeckelt sind, eindampfen. Steuern, vor allem für die Wohlhaben, können für Linnemann nicht niedrig genug sein. Staatsausgaben, vor allem für die Armen und Bedürftigen, sind ihm ein Graus. Unterstrichen wird die Antipathie durch sein linkisches Wesen und seinen fliehenden Blick. Menschen, die einem nicht in die Augen schauen können, sind mir grundsätzlich suspekt. In der Ära Merkel war Linnemann innerhalb der CDU die große Stimme der Wirtschaftslobby. Unter Friedrich Merz, Linnemanns Bruder im Geiste, kam dann schließlich der steile Aufstieg. Heute ist er Generalsekretär und Vorsitzender der Programm- und Grundsatzkommission, also der Visionär der Partei. Ein Norbert Blüm wird wahrscheinlich im Grabe rotieren. Aber zurück zur gestrigen Markus-Lanz-Sendung. Dort ging es einmal mehr darum, dass der Staat zu viel Geld ausgibt und dies ja nun unter dem Vorzeichen der Schuldenbremse unsere heißgeliebte Zeitenwende die Aufrüstungs- und Kriegspolitik behindere. Es ist ja schon erstaunlich. Für echte Investitionen, zum Beispiel in Bildung, Infrastruktur oder Energiewende, will man keine neuen Schulden aufnehmen, obwohl sie sich volkswirtschaftlich rentieren und die Staatseinnahmen in Zukunft stärken. Für Konsumausgaben und nichts anderes sind die Ausgaben für Rüstung, wären aber selbst Neoliberale wie der Doktor-Volkswirt Oton Lanz-Linnemann dann doch bereit, sich zu verschulden. Aber nur ungerne. Lieber würde man die Milliarden und Abermilliarden für Rüstung und Krieg durch Einsparungen bei anderen Staatsausgaben wieder reinholen. Und wo will die CDU kürzen? Dazu hat Linnemann klare Vorstellungen. Zitat Lanz Woher kriegen Sie das Geld für die Bundeswehr? Linnemann Wir wollen das Bürgergeld in der Form abschaffen. Das wird dann in der Zukunft neue Grundsicherung heißen und es bekommen dann nur noch Menschen Geld, die wirklich Hilfe bedürfen, weil sie zum Beispiel körperlich nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Aber jeder, der arbeiten kann, muss arbeiten gehen. Ansonsten gibt es keine Sozialhilfe. Lanz Der kriegt gar kein Geld mehr? Linnemann Wir haben jetzt einen neuen Ansatz, dass wir sagen, der Staat geht davon aus, wenn jemand, der arbeiten kann, auch arbeiten geht und deswegen gibt es keine Sozialleistungen. Lanz Nur, dass wir das noch einmal verstehen, dann kriegt er kein Geld mehr. Finito, gar nichts. Linnemann Ja, wenn jemand arbeiten kann, warum soll er dann Geld bekommen? Von jemandem, der arbeiten geht? Lanz Ich sag nur, der geht nicht arbeiten, der will nicht arbeiten, der macht das nicht. Und wo lebt er dann? Was macht der? Linnemann Der wird dann arbeiten gehen, weil er es muss. Das ist für mich so normal, als ob nach Sonntag Montag kommt. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so platt sage. Lanz Was heißt, das ist schwierig? Linnemann Ja, ich weiß doch nicht alles, Herr Lanz Lanz Aber fast alles? Linnemann Nein, aber der Kollege Middelberg Anmerkung der Redaktion, gemeint ist Matthias Middelberg Ein weiterer neoliberaler Hardliner der CDU Hat mal ausgerechnet, dass wenn 100.000 Menschen in Arbeit kommen Ist das ungefähr ein Äquivalent zu 2,5 oder 3 Milliarden Euro Zitat Ende Da klappt einem die Kinnlade runter Ginge es nach der CDU Würden also Millionen Menschen in Deutschland Die zur Zeit auf die Grundsicherung angewiesen Aber gleichzeitig arbeitsfähig sind Künftig kein Geld mehr vom Staat bekommen Sie stünden dann vor der Wahl Entweder ich werde obdachlos Oder sterbe am Ende Oder kriege irgendwo im Land einen Job Und sei er noch so hart, schlecht bezahlt Oder demütigend Um es klar zu sagen Linnemann ist ein Verfassungsfeind Seine Vorstellungen widersprechen derart Ekdatant dem Grundsatz der Menschenwürde Dass sie ohnehin, sollten sie als Gesetz formuliert werden Vom Bundesverfassungsgericht wieder kassiert würden Was soll also dieser menschenverachtende Vorstoß Der ohnehin keine Chance auf Umsetzung hat Ganz einfach Linnemann ist ein Populist Ein Rechtspopulist Was am Ende beim Zuschauer verfängt Ist seine Hetze gegen die ökonomisch Schwachen der Gesellschaft Ganz nach dem Prinzip Teile und Herrsche Die Frage, warum man Milliarden und Abermilliarden Für die Kriegspolitik ausgeben soll Bleibt so ungestellt Die Frage, warum ausgerechnet die Armen und Bedürftigen Diese Kriegspolitik bezahlen sollen Ebenfalls Das zeigte sich auch gestern bei Lanz Sowohl der Moderator als auch die eingeladene Taz-Journalistin Anna Lehmann Meldeten zwar nach Linnemanns Äußerungen Zweifel über deren Verfassungskonformität an Grundsätzliche Kritik blieb jedoch raus Geld für die Kriegspolitik? Okay Das Geld von den Armen nehmen? Okay Aber bitte im Rahmen der Verfassung Das alles hat System Über die Sinnhaftigkeit der Rüstungsausgaben wird schon lange nicht mehr debattiert Und bei der Debatte um deren Finanzierung erleben wir ein Revival der Hetze gegen Arme Die Wohlhabenden und Reichen sind aus dem Fokus Erst vor wenigen Wochen wurde das Verfahren gegen den Cum-Ex-Straftäter Christian Olearius eingestellt Der arme Mann ist zu alt für ein Verfahren Es geht um einen Schaden von 280 Millionen Euro Das ist mehr als die gesamte Summe, die dem Staat als Vermögensschaden durch Sozialbetrug und Leistungsmissbrauch durch das Bürgergeld entsteht Ein Olearius verursachte also mehr Schaden als 5 Millionen Bürgergeldempfänger Das ARD-Magazin Panorama beziffert die Schäden für den deutschen Fiskurs durch die gesamten Cum-Ex-Straftaten übrigens auf 36 Milliarden Euro Dafür bräuchten die Bürgergeldbetrüger stolze 132 Jahre Und die Cum-Ex-Straftaten sind nicht die einzigen Straftaten, mit denen Wohlhabende und Reiche die Allgemeinheit schädigen Das weiß auch Carsten Linnemann Aber wer die Verbrechen von denen da oben erwähnt, ist ja ein Populist Wer gegen die da unten hetzt, darf sich indes schon Hoffnungen auf ein Ministeramt machen, wenn die Ampel dereinst die Regierungsbänke räumen muss Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte